Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Martin Peen und heute habe ich mal gedacht, es gab vor drei Jahren ein Video, da sind wir alle in die Alzer geschwungen, also in Hamburg, das ist hier der große See und das hat so Spaß gemacht, so viele Leute haben uns darauf angeschwungen, warum macht ihr das nicht nochmal, warum macht ihr es nicht guter, warum macht ihr nicht mal ein paar Tricks und jetzt versuchen wir mal alles, was wir können, rauszuholen und machen ein cooles Ding, wir können uns auch selber filmen hierbei, ich muss mich natürlich rankeben, weil wir ja schwimmen, springen jetzt im Jahr, es ist arschkalt, es ist arschkalt und diese vier Leute jetzt, die jetzt springen, stelle ich euch einmal vor. Musik 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 ARD Text im Auftrag des ZDF Wo ist dein Floh? Nicht im Takt, kein Gefühl, nur ne gute Art Show. Kein Rap, kein Gesang, kein Talent, nein, du bist nicht, nein, du bist kein Star, nein, du bist kein Star. Roger, die ersten Aufnahmen. Nein, 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 nein. Er macht die ersten Scheißaufnahmen. Er macht die ersten Scheißaufnahmen. Er macht immer noch die ersten Scheißaufnahmen. Ja, warte. Drei, zwei. Okay, top, nächstes. Okay, jetzt geht's weiter. Da ist Timo, meine Bitch. Timo, meine Bitch, was geht ab, meine Bitch? Willst du meinen Sinn oder meinen Arsch sehen? Wie viel kostet? So 5 bis 10 Milliarden, du Wichser. Was könnte da drin sein? Deine Verbotung? Das ist alles, was man bei dir zu Hause auch findet. Mit deinem Zimmer. Ach, Scheiße. Überall Scheiße. Ey, du Wichser. Was steht da hinten? Tasche! Seine Tasche liegt da hinten, Leute. Wo ist deine Tasche? Wir holen jetzt seine Tasche, Leute. Wir holen jetzt seine Tasche. Ey, hast du die Tasche jetzt mitgenommen? Warte mal kurz, ich muss die nehmen, weil ich hab grad gesagt, ich hab den genommen. Ey, ich hab seine Tasche genommen, wo soll ich die bringen, die Tasche? So Leute, das ist der Brütenjump Nummer 2. Und ich würd mal sagen, sag mal Hallo, wozu neue Jungs? Boi! Und ich würd mal sagen, auf tief, ne? Wie geht's dann? Flo, mach nochmal Shampoo. Boss, geht! Ja! Sag doch, okay, jetzt fühl mich. Hier mit ein bisschen wenigen Leuten. Ooooooh! Jetzt der Andere! Boooow! Jetzt der Andere! Oh, Schritt, Digga! Aufschritt, Digga! Aufschritt, Digga! Aufschritt, Digga! Aufschritt, Digga! Applaus, Digga! Wer ist der Letzte? Pass auf, nicht auf ihn! Oh, Buh! Oh, ho! Applaus! So, Leute, was geht ab? Wir haben uns jetzt umgezogen, das war schon ein bisschen kalt. Ihr müsst jetzt bitte einmal in den Kommentaren schreiben, welcher der beste Sprung in euren Augen war. So, Nummer 1 zum Beispiel Flo, Nummer 2 Dennis, Anja Sartrex, Nummer 3 Martin, also Martin D. Oder, äh, Petro mit der Nummer 4. Ja, schreibt das mal rein. Sagt euch, wie ihr das fandet. Und nächste Woche kommt ne Parodie. Abonniert, um das nicht zu verpassen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag! ARD Text im Auftrag von Funk